so servus jetzt ist es zeit die letzten zwei waffen auszuprobieren malek ist großschwert und den beringten finger servus manu auch cool so Ich schaute es. Oh, wow. Aua, aua, aua. Das hat wehgetan. Komm her jetzt. Ey, ja, es war so klar, wenn er den Spell macht, shit. Hat er, hab ich verloren. Boah. Ja, ja. Aber die Waffe ist cool. Allerdings ist es ziemlich gut, dass sie nach dem Rollen sticht. Oh, wow. Oh, das ist noch cool, da muss man ihn. Ah, da hat er mich erwischt. Shit. Oh. Oh. Schmerz. Ha, ha, geil. Ich hab ihn echt getroffen. Komm her. Jawoll, da liegt er. Ja, doch, den frühzeitigen Wechsel zum Finger, den habe ich jetzt gebraucht, nach den Palusas jetzt. Oh, das war ein gutes Timing. Nicht schlecht, Chosen One. Naja, Mist, keine Ausdauer, das darf nicht passieren. Klatsch, ihn weg. So eine witzige Waffe. Jo. Oh. Fuck. Oh, schade. Oh, da muss ich aufpassen bei dem. Oh. Ja, den kann man halt auch aufladen, den Zweck, ja. Nein! Da hätte ich jetzt nicht zuschlagen dürfen und auf ihn warten müssen. Ah! Shit! Petros of Caria, sei gegrüßt. Lass mich mal ganz ehrlich, dieser Finger, der sieht schon so dumm aus, dass er wieder geil aussieht. Das ist ganz klar, so eine Waffenkategorie für mich. Komm, lass dich mal schnipsen. Ja! Ja! Ja, da musst du ein bisschen warten, mein Freund, beim Jump-Sprung hier. Jump-Attack. Ja! Ja! Links-Rechs-Klatsche hier! Bumm-Bumm! Mit dem Hammer! So geil, die Waffe! Die macht wirklich Spaß zu spielen, hey! Ich sag's euch! Spiel diese Waffe! Ja! Oh! Schade! Aua! Ich wusste, das piekst! Ah, schade! Oh, Mist! Die Range! Nein! Was war das? Wieso? Ich hab doch gedrückt! Oh! Die typischen Ausrede wieder mal. Ich hab aber... Oh, Mann! Auf diese Stechereien. Da hab ich echt immer Probleme gegen diese Art von Gegner. Noch mehr als gegen irgendjemand. irgendwelche wirklich gut eingespielten Magier. Oder wie dieser Gravity-Typ. Ey, die machen mir einfach immer irgendwie Angst, weil ich genau weiß, das ist mein Schwachpunkt. Jo! Homra! Oh, nee! Och, was! Und dann verkack ich voll das Timing, ey! Ja! Geil! Diesmal passt es nochmal, jawoll! Klatsch, klatsch! Und schnipp dich zu Tode! Boom! Ja! Und hiermit, äh... Sag ich nochmal Bye Bye! Ich hab vielleicht noch ein bisschen Spaß mit der Waffe. Ciao, ciao! Gönnt sie euch auch mal! Die macht echt Spass! Hey! Hey! Oh, servus! Bam! und jetzt? He Water... He-heh-heh-heh! lecker! Ja! Komm rein ran auf den Meter! he-heh-heh... Klatsch dich um, ey! Zack Diese Waffe Sie ist so geil Du wieder Ich werde halt auch mies gestrickert Und er halt nicht Ah ja Aber dafür haue ich diesmal schnell zu Beim Schwarzschwimmen Oh Oh Was No Das ist ein guter Fight bis jetzt Alter Richtig cooler Fight So spannend Ich liebe dieses Spiel Ich liebe dies Spieler Ehre raus An alle Spieler hier An meine Gegner Mega cool Nein Ich muss genau in dem Moment wo ich schon gedrückt hatte Nein Ja Sehr schöner Fight Dankeschön Untertitelung des ZDF, 2020